Freirad Freirad Hallo, mein Name ist Alexander Spechtenhauser. Ich sitze da gerade im wunderschönen Schlossbach Amras, wo ich als Baumsachverständiger für die Bundesgärten arbeite. Meine Sendung heißt Klangforschung. Ich mache das seit am Beginn, eigentlich kann man so sagen, bei Freirad und probiere wöchentlich zwei Stunden lang anspruchsvolle elektronische Musik zu spielen, die sich großteils im Ambient und ein neues Bereich bewegt. Und da hat mich gefreut, wenn es mal alleine ist und ich werde mich immer bemühen die tollsten Sachen für euch zu spielen.